Spielzug, das Fanmagazin der Deutschen Bahn, heute mit folgenden Themen. Auf dem Weg in die Charts, Enes Ben-Hatira als Videostar. Er ist ein Star bei Hertha BSC und neuerdings auch bei YouTube. Enes Ben-Hatira fast millionenfach geklickt und das in gerade mal einer Woche. Die Rede ist vom Song One Touch und dem dazugehörigen Video von Rapper Dümarok, in dem Herthas Nummer 10 auftritt. Enes, der Videostar. Gerade von unserer alten Clique, sage ich mal, hat sich der eine oder andere beschwert, warum er nicht dabei ist. Aber ich habe viele Anrufe, Nachrichten bekommen. Es ist sehr, sehr, sehr positiv rübergekommen. Ich wusste auch nicht, dass jetzt mein Auto ins Video da jetzt Premiere feiern darf. Ich habe den einen oder anderen Spruch schon abbekommen, aber ich teile auch gut aus, aber kann auch ein bisschen einstecken. Das Video ist dem Berliner Sozialprojekt Mitternachtssport gewidmet. Hier können die Kids kostenlos kicken und das bis in die Morgenstunden. Enes Ben-Hatira ist mit dem Gründer und Leiter von Mitternachtssport seit seiner Kindheit befreundet. Dem Mitternachtssport zu helfen, ob vor Ort in der Halle oder im Video, ist für ihn Ehrensache. Weil ich nochmal klarstellen will, es geht ja nicht um eine Person, sondern es geht primär um die Kids, um die Jugendlichen, die sich da in dem Sinne auch wichtig fühlen. Ich freue mich, wie gesagt, einfach nur für die ganzen Jungs und die ganzen Jugendlichen, die da jedes Wochenende da Fußball spielen kommen, sich bessern, sich bei uns motivieren können und mit ihren Problemen und Nöten halt, wie gesagt, zu uns kommen können. Das Video läuft auf Hochtouren Enes noch nicht ganz. Monatelang plagten ihn hartnäckige Probleme am Knöchel, zuletzt gegen Lautern fehlte er wegen einer Erkältung. Kurzum, Enes brennt, will endlich wieder richtig ran. Jetzt bei dem Lauf merke ich, wie gesagt, wie ich da wieder auch bei 100 Prozent bin. Die Läufe tun mir auch richtig gut. Ich komme da ohne Probleme an meinen Puls ran und ich kann es kaum erwarten, wie eigentlich loszulegen und auf dem Platz Gas zu geben. Erste Liga mit Hertha und Ben Hatira, dieses Ziel ist nicht mehr weit. Für den Aufstieg drücken auch die Kids vom Mitternachtsport die Daumen. Ich werde dirέuaus아 das geht. Ich werde dado den Aufstieg die Daumen nach интересно probieren. Àsett das, hieraca ist nicht mehr brutal und auf dem Platz. Aber mein Dage ist nicht mehr Animals die